Das Schloss Wilhelmshöhe befindet sich im Bergpark Wilhelmshöhe von Kassel. Das von 1786 bis 1798 im Stil des Klassizismus gestaltete Schloss wurde für Landgraf Wilhelm IX. errichtet. International bekannt ist es für seine heutige Nutzung als Museum, das unter anderem die Antikensammlung und die Gemäldegalerie Alte Meister enthält. Sehr bedeutend ist zudem das Museum im Weißen Steinflügel mit den einzig authentisch verbliebenen Räumen der Landgrafen. Am 23. Juni 2013 wurde der Bergpark Wilhelmshöhe mit dem Schloss als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Geografie Das Schloss steht im Gebiet des Kasseler Stadtteils Bad Wilhelmshöhe im unteren Teil des Bergparks Wilhelmshöhe auf etwa 282 Meter ü. In Hain, am unteren Karlsberghang, befindet es sich oberhalb des Westendes der Wilhelmshöhe Allee. Das Herkulesmonument sowie das Schloss bilden eine Sichtachse. Diese Sichtachse, die zugleich die Mittelachse des gesamten Bergparks bildet, findet ihre Verlängerung in der Wilhelmshöhe Allee, die bis in die Kasseler Innenstadt führt und in der Fünffensterstraße endet Geschichte. An der Stelle des heutigen Schlosses bestand seit dem 12. Jahrhundert das Augustiner Chor Herrenstift und spätere Augustinerinnen-Kloster. Weißenstein Unter Landgraf Philipp von Hessen wurde das Kloster säkularisiert und danach gelegentlich als Jagdschloss benutzt. Philipps Enkel, Landgraf Moritz, ließ von 1606 bis 1610 an gleicher Stelle ein neues Jagdschloss erbauen. Dies wurde unter seinen Nachfolgern zu beachtlicher Größe ausgebaut. Die ursprüngliche Klosteranlage fiel dem Neubau zum Opfer. Das heutige Schloss entstand von 1786 bis 1798 nach Entwürfen der Architekten Simon-Louis-Duer-Y und Heinrich-Christoph-Josoph-Fühland-Graf Wilhelm I.X. Als Vorbilder gelten Schloss Wanstead und Priorpark in England. Geplant und ausgeführt wurde das Schloss als zum Park geöffnete, weit ausgreifende Dreiflügelanlage. Die Seitenflügel sind langgestreckte, schmale Bauwerke mit halbrunden Ausbauten an den Schmalseiten. Die Mitte der Langseiten werden durch Rieserleit mit je acht frei vorgestellten Säulen betont. Die beide Obergeschosse umfassen abgeschlossen durch Vasen gekrönte Artikel. Während der napoleonischen Besetzung von 1806 bis 1813 wurde die Anlage in Napoleonshöhe umbenannt. Das Schloss diente dem König von Westfalen, Jerome Bonaparte. Nachdem das von Jerome und seinem Hofstaat bewohnte Kasseler Stadtschloss 1811 abgebrannt war, zeitweise als Residenz. In dieser Zeit besuchte auch Charles-Louis Napoleon Bonaparte der Neffe Jeromis und späteren Napoleon III. das Schloss. Die drei bis dahin freistehenden Gebäude wurden durch eingeschossige Bauten verbunden, diese Bauten wurden unter Kurfürst Wilhelm II. durch seinen Hofbaumeister Johann Konrad Brumeis zu ihrer heutigen Höhe aufgestockt. Dadurch und durch das Fehlen der ursprünglichen Weißenfassung geht dem klassizistischen Bauwerk einiges an Filigranität verloren. In der dazugehörenden Schlosskapelle wurde unter anderem 1828 Wilhelms Tochter Luise von Bose konfirmiert. Nachdem Napoleon III. bei der Schlacht bei Sedan im Deutsch-Französischen Krieg gefangen genommen worden war, stand er vom 5. September 1870 bis zum 19. März 1871 im Schloss unter Arrest, dann ging er ins Exil nach Großbritannien. Am 30. Oktober 1870 besuchte Kaiserin Eugenie ihn im Schloss. Das Schloss war 1891 bis 1918 regelmäßig Sommerresidenz der Kaiserfamilie. Es war auch Rückzugsort für Kaiser Wilhelm II. während persönlicher oder politischer Krisen. Nach dem Waffenstillstand von Compiègne im Jahr 1918 war das Schloss kurze Zeit Sitz des großen Hauptquartiers. 1944 und 1945 flog die Royal Air Force mehrere Luftangriffe auf Kassel. Im Februar 1945 wurde Wilhelmshöhe bombardiert. Dabei wurde der kuppelbegrönte Mittelbau des Schlosses durch Bomben stark beschädigt, auf der Parkseite blieben jedoch voll ausgestattete Räume. Bis in das zweite Obergeschoss hinein intakt, die Sicherung der Anlage seit dem Ende des Kriegs durch die Bauverwaltung war nachlässig. Unter der Vorgabe, Enttrümmerungen vornehmen zu wollen, wurde der Mittelteil schließlich Zug um Zug um die verbliebene historische Innenausstattung gebracht. Teile des Schlossmobiliars finden sich heute in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Ab 1961 betreute der funktionalistische Architekt Paul Friedrich Posenenske den Wiederaufbau. Dieser erfolgte zum Teil in vereinfachter Ausführung und unter dem Aspekt einer vornehmlichen Nutzung als Kunstmuseum. Dabei entfiel auch der Wiederaufbau der Kuppel. Während des deutsch-deutschen Gipfeltreffens am 21. Mai 1970 war im Schloss das Pressezentrum untergebracht. Der französische Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing besuchte das Schloss auf seiner Deutschlandreise 1980. Heutige Nutzung Der Kirchflügel wurde für die Nutzung als Verwaltung sollt der staatlichen Museen Kassel weitgehend entkernt. Der stark beschädigte Mittelbau wurde ohne Kuppel und ohne Fensterkreuze sowie Fensterläden wieder instand gesetzt und wirkt im Ensemble heute als Fremdkörper. Auch die ursprüngliche Raumaufteilung wurde nicht wiederhergestellt. Anstatt der Kuppel setzte man auf das Gebäude ein Glasdach zur Belichtung der Gemälde, das noch vom Herkules aus ins Auge fällt. Die Museumslandschaft Hessen-Kassel präsentiert im Mittelbau heute die antiken Sammlung. Die Gemäldegalerie Alte Meister, sie enthält vornehmlich flämische und holländische Malerei des Barock Franz Hals Rubens etc., sowie altdeutsche, italienische und spanische Malerei, die grafische Sammlung. Regelmäßig Wechselausstellungen Das Museumsbistro Jerome In der historischen Kapelle hält die protestantische Gemeinde ihre Gottesdienste ab. Punkt Weißensteinflügel Seit dem Umbau des Schlosses nach 1945 ist nur noch die historische Einrichtung des Weißensteinflügels vorhanden und dessen nach historischen Vorbildern eingerichtete Räume besichtigt werden können. Hier befand sich von 1948 bis 1976 auch das Tapetenmuseum. Auf zwei Etagen werden zahlreiche Möbel des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts gezeigt. Aus der Einrichtung der Bauzeit im Stil Louis-Zeiss und des Frühklassizismus haben sich zahlreiche Möbel erhalten. Alleine drei Schreibtische von David Röntgen sind ausgestellt. Aus der Zeit von Jerome Bonaparte hat sich eine große Sammlung an Apier-Mobiliar von Bernhard Molitor, großen von Pierre-Philippe Tomiere und Porzellan aus Sévres erhalten. Neben zahlreichen Gemälden von Johann Heinrich de Schwein dem Älteren werden auch sieben Jagdstücke von Jean-Baptiste Audry gezeigt.